In der Stadt Brandenburg sind seit heute mobile Impfteams unterwegs, die Heimbewohner mit dem begehrten Corona-Impfstoff versorgen. Los ging es am Vormittag im Heim der Rena-Fan-Gruppe in der Neuendorfer Straße. Zunächst 90 Impfdosen hatten die Helfer mitgebracht. DRK und JUH-Helfer bereiteten am Morgen alles generalstabsmäßig vor. Der Impfstoff kam gut gekühlt an, die kleinen Ampullen wurden vom DRK-Geschäftsführer Andreas Geriebel kontrolliert und dann bereitete Candy Wacho, er ist Fachbereichsleiter beim Rettungsdienst der Johanniter, die Spritzen vor. Für den Profi kein Problem. Auf den Milliliter genau gefüllt landeten sie in der vorbereiteten Schale. Dann ging es zum Impftisch, an dem die nächsten Helfer schon warteten. Den ersten Pieks an diesem Tag holte sich dann Doris Fischer ab. Die 85-Jährige hat nächste Woche Geburtstag und war wahrscheinlich von allen Anwesenden am wenigsten aufgeregt. Sie berichtete gut gelaunt, dass sie erst kürzlich eine deutlich unangenehmere Behandlung am Auge ertragen musste. Der kleine Pieks am Arm störe da heute überhaupt nicht.